Heute ist Coming-Out-Day und ich habe schon ganz viel darüber von und für LGBTQ-Menschen gelesen. Aber was ist eigentlich mit den Heteros? Die haben noch auch Fragen zum Coming-Out. Vollkommen richtig. Fünf davon möchte ich heute mal beantworten. Los geht's. Muss man sich denn überhaupt noch outen? Das ist doch überhaupt kein Thema mehr. Nein, niemand muss sich outen, aber doch, es ist noch ein Thema. Ich weiß, wir reden uns das alle immer gerne ein, gerade so in der Großstadt. Ist doch alles easy, interessiert keinen Menschen. Aber geh mal raus aus dem schwulen Elfenbeinturm. Geh mal aufs Land. Geh mal in konservative Berufe. Da ist das immer noch eine ganz andere Sache. Und solange es halt immer noch ein Thema ist, dass ein Arzt auf dem Land mit einem Mann verheiratet ist oder dass eine Schützenkönigin ihre Frau mitbringt oder dass, oh mein Gott, die Welt bricht zusammen, ein Fußballer schwul ist, machen Coming-Outs eben immer noch Sinn. Ich sag doch auch nicht jedem, ich bin hetero. Nein, das sagst du natürlich nicht, weil auch heutzutage immer noch jeder davon erstmal ausgeht, dass du hetero bist. Das ist schade, aber wir leben nun mal in einer heteronormativen Welt und wenn du da auf die Straße gehst und jedem sagst, ich bin hetero, das ist so ein bisschen wie wenn eine Konditorin sagt, ich mag gerne Torten. Wenn eine Konditorin sagen würde, ich mag eigentlich lieber ein Wurstbrot, das wäre ein Coming-Out. Macht das Sinn? Mich interessiert aber überhaupt nicht, wer mit wem in die Kiste steigt. Ja, ich weiß, was du sagen willst und ich weiß, es ist lieb gemeint, aber ganz ehrlich, das ist gelogen. Wir wollen alle wissen, wer mit wem in die Kiste steigt. Sonst gäbe es keine Klatschpresse, keinen Bürotratsch und kein Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten. Ich hoffe einfach, dass das irgendwann kein Thema mehr ist. Ja, ich auch. Und genau deswegen finde ich es wichtig, offen darüber zu reden. Denn nur wenn die Leute merken, dass schwul, lesbisch, tranz, nichts Schlimmes und noch nicht mal was Außergewöhnliches ist, ist es vielleicht wirklich irgendwann kein Thema mehr. Deswegen, liebe Fußballprofis, knick-knack, ihr wisst Bescheid. Ich kenne da jemanden, ich glaube, der ist auch queer. Was mache ich denn da? Was du auf jeden Fall nicht tun solltest, diese Person zum Coming-Out drängen. Ist nicht deine Aufgabe. Manche Dinge brauchen Zeit und außerdem weißt du ja noch nicht mehr, ob deine Annahme überhaupt richtig ist. Was du aber tun kannst für diese Person, sei einfach der bestmögliche Freund, die bestmögliche Freundin. Vermittel ihm oder ihr, dass dir sexuelle Orientierung egal ist. Und wenn es dann doch zu einem Coming-Out kommt, dann hör einfach zu, sei verständnisvoll und, mein Gott, lach da auch mal drüber. Es ist, wie gesagt, nichts Schlimmes. Und dann esst einfach zusammen ein Stück Torte, Schrägstrich, Wurstbrot. Ja, dann mal fröhlichen Coming-Out-Day für alle. Ich gucke jetzt Gute-Zeiten, Schlechte-Zeiten. Scherz.